Jo Leute, was geht ab bei Winterstadt und herzlich willkommen zu dem neuen Prank, was geht ab, Leute, ihr seht schon wieder, Flex mit Winterstadt und wir machen heute mal was richtig verhindert, ich hab gar keinen Bock da drauf, Leute, das wird einfach so, das wird so dumm, wir werden gleich in den McTry fahren und einfach Sachen bestellen, aber wir schreien halt einfach nur, also wir schreien die Mitarbeiter richtig an, wir sind einfach die größten asozialen Spastis aus ganz Köln, wir sind gerade hier in Köln, Leute, aber es ist halt echt, oh mein Gott, Leute, wir werden richtig schreien, ich wette meine Stimme ist einfach komplett im Arsch danach, aber ja, Leute, ich würde sagen, wir haben auch nicht so, viel Spaß bei dem Prank. Alter, ich bin dann richtig aggressiv irgendwie. Ich bin auch, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen laut heute mal reden. Ha! Digga, Lukas, ich mach dein Auto kaputt. Alter, ey, mach mein Auto nicht kaputt. Oh mein Gott, er macht mein Auto, bestimmt er jetzt echt kaputt? Doch, das geht. Sicher? Hinten auch unter. Ja, passt scheiß drauf. Fett saunter, Mann! Ruhiger. Wie soll ich mir komplett hier rausstecken? Ich hab Hunger! Wär's ja so fett wie damals, das wär so geil, ne? Ich hab Hunger! Ja, dann stellen Sie normal wie ein normaler. Mach ich doch! Hallo! Darf ich einen Cheeseburger abstellen? Hören Sie bitte wieder. Einen Cheeseburger, bitte! Ich sehe, ich sehe nichts weiter. Wieso? Weil du nicht normal bist. Guck mal, bist du normal? Ja, wir hätten gern... EIN CHEESEBURGER! Er hat sich alles verrascht. Dann sag nochmal, ein Cheeseburger. EIN CHEESEBURGER, MITCHE! Ha! Und eine Cola. Und eine Cola! AAAAAAAA! Ach, ich bin schon mit's. Das Bestellungsding ist weg. Hallo? Schieß mal das Auto ab vom Haus. Das war so aus, ich hab... Entschuldigung. Hallo? Hallo? Ich hasse das, wenn wir sowas aufnehmen, ne? Wollen wir vorfahren, oder? Nö, ich weiß nicht, da muss er erst was sagen. Hallo? Say, say, me rolling. Ich schreie jetzt, Alter, wir ficken jetzt zusammen. Alter, hier hab ich ein bisschen Angst vor die Höhle. Voll die Höhle. Ey, da kam schon, das ist bestimmt so einer. Lack gleich Nackenschelle. Soll ich Fenster hoch machen? Ne, hier mach... Wo ist das Geld? Hier. Ne, hier ist, ich hab nix. Hab ich schon mal mit mir irgendwie gepöpft? Ja, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab... Hallo! DENERGY! DENERGY! Was? Ey, warte mal, wir haben doch Hunger! Alter, fuck. Ungerückwärts. Das ist echt DENERGY! Wahrscheinlich, weil wir bei Mecke sind. Ja, mach mit vorne, ne? Ich hab keine Stimme, hör mal mit der Stimme. Alles genug? Ja, bei ihm! Ich schreie immer so laut! Verrückt schon ein bisschen, ne? Das ist kein Scheiß! Verrückt nicht, ja? Ich schreie immer so! Dann lass ihn bestimmen beim nächsten Mal, ja? Okay! Der schreit auch! Nächstes Mal kriegst du wirklich nix. Hä, warum denn? Ich schreie immer so! Ich schreie immer so! Stimmt das? Es ist immer so, stimmt das? Stimmt! Das stimmt! Das stimmt! Ein Schießburger! Einmal DENERGY! 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 Einen Cola-Siro? Ja! Ja! Was wärs? Was? 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 Was ist denn bezahlt überhaupt? Was ist denn bezahlt? Scheiße! Hey! Du mal, ich hab keine Stimme mehr! Ich hab keine Stimme mehr! Jede Mal DENERGY der Typ vor uns! DENERGY! Boah, ich hab keine Stimme! Jetzt machen wir den Typ! Mal erst mal Fenster hoch! Heseruch! Ey, wir haben eine Stimme! Wir können nach Hause fahren! Ah, ich steig. Rechts parken, hinten hin bezahlen. Die haben uns gerade nach vorne geschickt. Ja, weil sie nicht bezahlt haben. Komm doch mal rein, okay? Nein, nicht mehr. Vorne rechts bezahlen. Da vorne rechts parken. Oder jetzt raussteigen. Ich steige nicht aus. Ich fahre doch mal rein. Geben Sie mir die Sekunde, ja? Bis gleich. Und wie du weg bist. Ey, mach langsam. Ich habe ein Auto. Ey, lass mal die Kippe an. Oh mein Gott! Der Nodgy! Alter, Lachengeck. Ich kann nicht mehr schreien, Lukas. Meine Stimme ist weg. Hörst du das? Ich schon. Du musst mal jetzt mit übernehmen. Ich liebe diesen Typen vor uns. Ich hoffe mal. Er ist dein Mitarbeiter, ne? Er sieht direkt, dass ich eine Behinderung hab. An meinem Gesicht wahrscheinlich. Deine Stimme ist echt weg. Jörg, jetzt kannst du ja auch alles zu geben, du Arschlochmann. Das mach auch mal. Oh ja. Ja, was willst du denn jetzt anders machen? Sollen wir sagen, Auf einmal redest du normal und ich, wenn er da schreit? Ja, safe Leute. Das machen wir so. Er will aufs Maul kriegen, aber wenn du willst, ich bin dabei. Mir egal. Ja, safe. So Freunde, wir fahren jetzt das zweite nochmal rein. Ich weiß nicht. Was? Okay, Lukas ist bereit. Ich weiß nicht. Ey, wir wollen halt noch Pranks machen. Mit der Stimme kann ich gar nichts, weil ich kann ein Auto fahren. Ey, ich muss... Das Ding ist, ich dachte am Anfang, der labert scheiße mit der Stimme. Aber sie ist halt echt weg. So. Geil. Das ist kein Witz jetzt. Wir wollen ja noch so drei Pranks oder so drehen. Aber hey. Alles gut. Ich glaub die Shisha heute Abend ist. Alles sehr leid. Mach's mal aus. Du, du nimmst jetzt mal. Hallo. Hi, wir wollten noch bezahlen. Eine kleine Cola-Ferro und eine Cheezur, okay? Äh Cola-Light! Okay, fahren Sie bitte zum nächsten Pfennstab. Danke! Warum gucken die alle noch so aus dem Pabler, das können wir mal gucken. Das ist ja normal, Hallo. So, jetzt schrei mal lauter, da heuchle auch noch was raus. Da muss jetzt mal ein richtiger Kracher kommen. Jetzt schrei mal richtig, das ist doch... Ich schrei schon lauter. Das ist ja eh in die Rückwärts. Dann brauchen wir jetzt richtig einen raus, jetzt hier. Ey, die machen hier ihr Try-Fenster immer mit in der Kurve. Mit im Tunnel. Voll gut. Ey, warum machen wir das nicht als letztes in diesem Projekt? Ich hab keine Stille, es ist kein Schafgift. Ich schrei jetzt zusammen. Hi! Hast du das Geld? Wie viel? Stimmt so! Das war aber kein Wofi, oder? Doch! Nein! 5 Euro! Der Rest ist für Sie! Ja, für Sie! Fahr! Ja! Ciao! Ich bin Ehrenmann, ne? Wird 2 Euro gespendet! Ich steh mit meinem Hals, Digga! Jetzt mach mal weiter! Ich brauche einen Hustenbonbon! Alter! Ey, da ist noch was drin! Entspann dich mal ein bisschen! Irgendwas ist auf meiner Hose! Es sieht aus wie Wichse! Nein, Junge, wisst du, ist egal! Warum hab ich das in der Hand? Ha! Oh! Das, du musst du kurz mal rauszmerken! Aber ich seh mal vor, man hat das wirklich, dass man nur schreit! Ja, das wäre schon mies! Amen! Boah, das wäre die geilste Kranke überhaupt eigentlich, ne? Da kannst du aber nur so alle 3 Tage rausgehen, weil deine Stimme weg ist, ne? Jawohl! Wuff! Wuff! Miau! Was für Miau, Digga! Ich bin schon wieder komplett durch, Freunde! Hallo! Wie bitte? Ich bin ein böser Mann! Ich verstehe Sie nicht, Sie müssen lauter reden! Ah, ich hab fast ein Fußkrampf! Hallo! Sie müssen das Fenster aufmachen! Ich hör' das nicht! So ein geiles Auto! Oh! Und noch eine runter! So ein geiles Auto! Warte, Taschentücher für ein Porn! Nein! Dankeschön! Oh, lecker! Ja! Kann ich noch einen Strohh halten? Einen zweiten? Du brauchst nicht zu schreien! Was? Ich hab' die Krankheit! Ich hab' die Schreikrankheit! Ja, dann nehmen wir uns Schutz! Servieren bitte noch! Ah, jetzt? Ja, jetzt versuchen wir mal... Was denn? Manchmal hab' ich diese Aussetzer! Mein Gott! Dankeschön! Ich hab' das ganze Zeit! Du musst das schreien! Auf Wiedersehen! Warum rupen Sie? Sie müssen lauter reden! Ja, Freunde! Wir müssen jetzt mal ehrlich mal ein bisschen wegfahren hier! Machen wir Fenster auf, was ein bisschen kalt ist hier! Ich dachte, ich hab' das irgendwo gegen gefahren! Achso! Alles mitgenommen! Warte mal! Den Schießberger müssen wir verschenken! Hier die... Hallo! Kommen Sie mal kurz! Ich auch! Kommen Sie den Schießberger! Guck mal! Direkt Nacken! Direkt Nackenschille! Alter, was ist denn da los? Wir haben telefoniert! Am besten wär's auch ich hab'n Freund! Hier, was sind die Faxenfahrer irgendwie? Ja, irgendwem hier! Fahr mal hier rechts drüber! Hi! Alles gut bei Ihnen? Danke! Wollen Sie einen Schießberger haben? Nein, ganz schön! Echt nicht? Eine Cola? Oh, alles gut! Echt? Schade, okay! Die Stiche sind ein bisschen scheiße! Fuck! Ja, sorry! Hey, alles gut! Wirklich nicht? Okay, alles klar! Ciao, ne? Schönen Tag noch, ciao! Sorry! Was geht ab? Willst du einen Schießberger haben? Ah, ihr seid doch von YouTube, oder? Ja, was geht ab? Alles gut? Alles gut? Alles gut bei dir, Digga? Willst du ein Video hier? Bist du drin, Alter? Grüß mal jemanden! Ja, ich grüße Akin! Akin? Korrekt! Hast du den Schießberger? Ja, Digga, wir haben einen Schießberger haben! Aber wir haben gerade Mecklespranks gemacht, weil wir essen sind! Korrekt! Komm rein, Digga, ne? Wir sehen uns, ne? Viel Spaß! Mach's gut! Ciao! Na, na, jetzt sind wir auch noch los geworden! Easy! Du hast doch gerade reingespuckt, ne? Dreimal! Spaß! Nein! Spaß, Freunde! So, Leute! Das war's von dem Prank! Ich hoffe, euch hat's gefallen! Wenn ja, lasst mal einen richtig freshen Daumen nach oben da! Mein Halt's okay? Bei mir geht's sogar noch! Bei dir ist's vorbei! Bei mir ist's tot! Leute, das hat so gebockt! Ohne Scheiß! Also wie gesagt, checkt mal den Kanal von Felix ab! Checkt mal Daumen des Instagram ab! Der ist auch noch mit dabei! Geht ab! Und checkt meinen Kanal ab! Und ich würde sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten Video! Ich geh jetzt erstmal, keine Ahnung, einen Tür trinken oder so! Haut rein! Bis Leute, ciao! Bis Leute, ciao!